ARD Text im Auftrag von Funk 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 Soll ich mir die Waffe kaufen oder eher auf den Scheiß Skins warten? Alter, oder auf den Skins? Willkommen im Club, genau so gehts mir auch Hahaha Wie meine, das ist halt extra für meine Klasse Jaja, bist du bei mir auch so Der ist so Schwarz mit Neon-Grün Streifen und so'n Scheiß, schaut voll geil aus Ja, das meine ich ja Den würd ich auch Achso, ja dann wird das dasselbe bei mir Können wir los? Können wir noch an Struggle Macht halt 60 Schaden, Alter Aber das ist wahrscheinlich so eine lange Anzahl Feuerlade Ich brauche Beschäftigung sonst wandert mein Geist Und das wär keiner Glaub's mir Go Willst da irgendwas bekommen? Oh Alter, lass mich go Ja, lass Gleich hier Ja, ich wart mal auf der Brücke auf dich Weil wer weiß auch immer noch was passiert Wie das Schiff hier dekoriert ist Flaschenlichter auf der Brücke Ey, der soll da mit Raketen werfen auf einmal Cool 150 Schaden Ah, ein Handsome Jack Poster Harder than Hard Productions Handsome Jack, Thames Pandora Wer bist du jetzt? Dieses Schild Welches Schild? Nee, nee, Bräune Fast schon Okay, go Soll ich einfach starten? Ich weiß nicht, was passiert Ja Okay Ah, Tina Der werden auch so Raumschiffe sein Wo ist es? Ah da Schon wieder Malibor Die Kerle sind unerbittlich Landekapsel bereit, wenn du's bist, K.J. Warum nennt ihr uns eigentlich K.J., Alter? Soll das ne Anspielung auf Superman sein, K.L.? Genau, K.J. gilt schön. Was ist wie gewünscht? Kammerjäger, K.J. Ach ja, Alter, okay. Lange Leitung und so. K.J. Ich hab mir über das Aufsteigerzeit getraut, was sie meint. Ich hab's einfach irgendwann ignoriert, weil ich mir gedacht hab, ja gut Borderlands, als ob da irgendjemand einen Grund bräuchte, einen so zu nennen. Die machen ja eh, was sie wollen. Alter, die haben ja komplett geblockt, die anderen. Monster-Block. Oh, japanisch angehaucht. Oder chinesisch. Oder asianisch. Oder mongolisch. Oder mongolisch. Oder die mongolische M.O. Ich wollt's grad sagen. Die chinesische, die mongolische, ja. Ja, Laser-Schwert-Furz ist wieder. Da bist du ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Malihuan-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung... Na, die braucht Dyridium, Alter und Geld. Mit dem anderen Scheiß können sie alles behalten. Es wäre toll, wenn außer meiner Schülerin noch jemand hier wäre, der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat. Apropos... Alter... Hä? Wir sehen uns. Das sieht schon cool aus hier. Ja. Ja, ich find's cool, dass man mal andere Planeten besucht. Das hat mir irgendwie immer quält. Weil halt Pandora ist halt im Prinzip Wüste. Ah, schein ist das hier kein mit Catch a Ride oder irgendwas. Ah, okay. Ne, er wird halt auch eher wie... Lass dich von der Jagd mitreißen. Ich bin da. Ich bin da. Ich sorge nur für etwas. Ich bin da. Ich sorge nur für etwas. Ich bin da. Wir können mal kaum auf dem Planeten schon Krach zu und Schöper zuhören... Nein, mein Skag ist am Boden. Das war alles aus da wohl, ne? Steh auf und jage wieder. Oh, scheiß. Oh, 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 oh. Oh. Oh, okay. Oh, ich werde Abzügen gemacht. Außer der hat kurz auf die Schild, dann ist das scheiß. Alter, wow. Oh. Oh. Robo-Hündchen. Schaut mich schlecht an. Ich will auch so ein. Ist das? Okay. Ah, jetzt taucht die andere auf. Lang mal. Dann Fresh mentioned- Oh. Du treibst dich also mit dem Raiders rum? Schätze Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Ich wurde geboren, um in den Hinter zu treten, bis ich ins Gras beiße. Dachte ich mir, mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das war eigentlich immer, wenn du versuchst, aufgehend wollen, inzuspringen. Ja, das war aber in zwei Jahren, dass du dauerhaft oben bleibst, aber da geht's kaum, weil du weggebracht wirst. Aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Aber jetzt geht's. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliborn uns gefunden hat. Achtung, ihr dämlichen Pazifisten-Mönche! Hier spricht Unterdrücker Trant. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Mali-One Corporation. Zutritt verboten! Ach, das ist Trant, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsägelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Hör zu, Mönche! Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar noch. Sichere den Platz. Danach leuten wir diesen Piefen, damit uns die Mönche durchsetzen. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Das war eine gute Jagd. Alter. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Pissend und scheißen. Oh. Ey, der ist so glad. Irgendwas lädt dir nicht in die Schilder aus. Ah, der kleine Hykser da steht. Ach, da oben auch. Ey, ich hasse diese Dinger, ey. Du bist bereits tot, das weißt du, oder? Boah, Alter, da ist so ein kleiner. Ist das ein Robo, oder? Ja, ja, der haltet da und dann doch. Kleine Kacke unten. Oh, hoppla. Ja, toll. Komm, jetzt ist der schon wieder her. Oh, scheiße. Da sind ein paar mehr gewesen. Wissen Sie, wie gesagt, die kleinen kaputt machen. Die schilden die hoch oder hoch, Alter. Durch die Packviecher. Ja, ich bin verreckt. Das sind... Der einzig kleine, der wo da war, ist dann plötzlich ein Badass. Auf jeden Fall schmeißen sie jetzt viel mehr von diesen Fetten durch die Gegend. Und so ein kleiner Scheiß ist mir auch mit rein. Ah, Lebensblut. Ah, ich stirb doch endlich. Alter, das sind ja alles Badass-Wutzig. Das sind ja alles Badass-Wutzig. Das ist da oben wieder einer. Ich wollte mir gar nicht mal anfassen. Wow. Uff, Alter. Das ist aber richtig unstritten gewesen. Ja, vor allem, weil am Schlüssel auch da Badass gekommen sind. Echt ein Albtraum. Hm. Da brauche ich dann eine Waffe dazu. Hartes Zeug, das Zeug. Okay, das ist auch nicht. Hm. Was hab ich da? Was hab ich da? Level 4, 17 muss ich sagen. Also ich wär soweit. Ich wär soweit. Ich fass es immer noch nicht, was Tyreen Lilith angetan hat. Wenn mir die Schlampe erwischen, wird abgerechnet. Maja, wo ist die Kleine? Sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst. Werden die sechs Stürme dich schützen? Ach, er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Eva, bewachst du noch die Bibliothek? Maja! Hey, ja. Ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Äh, das war ein... Oh, ich muss los. Äh, Eva ist so schwer, an einem Ort zu halten, wie Knöpsel immer. Aber deshalb hab ich sie auch gemessen. Entweder wird sie umgebracht, oder ich bin hierbei. Sie überlegt. Achtung, Mönche von Athenas. Ihr spricht Käpt'n Todd. Geht sofort das Schlüsselfragment heraus. Oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir springen ihn. Gott, ich liebe diese Firma. Boah, ey, da. Oh, da oben ist ne Waffenkiste. Oh, ein Sniper. Hm. Aber hallo, Kamerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir Alleinstand gehalten. Jetzt läute die Glocke. Was soll das heißen, dass wir zu spät kommen? Fühl dich halt nicht so hoch. Das ist echt super. Ich brauche Eridium, um in die Einsiedelei zu gelangen. Ich brauche auch Eridium. Ja, um Skins freizuschalten. Was hältst du von Grabräuberei? Kein Problem. Hol du Gott. Ach, zu Gott, dein Lächster. Der Friedhof ist etwas Eridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind eridianische Schutzvorrichtungen darum. Aber die müsste ich umgehen können. Es gibt da eine Passage in meinem Buch über alte Sirene-Techniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist. Und komme nachher. Ah, die Mauer. Das ist ein Damm. Das ist ein Damm. Die Jagd geht weiter. Nur nicht für dich. Oh, die Schöne-Granade. Die Schöne-Granade. Die Schöne-Granade. Die Schöne-Granade. Die Schöne-Granade. Neue Action-Dinke. Die Schöne-Granade. und dann böllern wir einen ohne Mist. Was ist denn mein Netz aus Iridium? Meridianischen Skag. Schaden und Feuerrat erhöht. Ne, durch eine Singularität daran. Geil. Oh yeah. Wo bist du? Oh, achso ja. Warte mal, kann ich nicht ein Wasserfeuer? Ne. Du, 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 du. Bin ich unterwegs. Hier gibt's zu oft versteckte Sachen, ey. Oh hey. Ah, da. Ich habe ein neues Feed dabei. Iridium, der sitzt mit Iridium ausgerüstet und der kann Gegner heranziehen. Ich habe eine Seite, diese ekelige Plage. Wenn ich keinen Alp geleistet hätte, würde ich es selbst erledigen. Aber ich darf nicht mal eine Mücke erschlagen, wenn sie sticht. Ach, hätte ich doch nur nicht den Weg der Gewaltlosigkeit gewählt. Nun musst du an meiner Stelle schlachten, rechtschaffener Held. Man wird dich vergessen. Ich beneide dich Kammerjäger. Dich belastet kein Eid. Du bist kein Sklave der Sinnlichkeit. Jage diese widerlichen Wretches und reiß die noch schlagenden Herzen aus ihren elenden Brustkörben. Ein neues Kapitel in der Lage. Ja, ja, weide sie aus, mein himmlischer Killer. Was ist das für ein Typ, Alter? Streu ihre Eingeweide über die Erde wie Darm-Konfetti. Ausgezeichnet, mein Junge. Was ist der Typ, Alter? Was ist der Typ? Was ist der Typ? Ja, ab in den Kampf! Ich weiß nicht, wo es war. Ach so, das ist... Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? War ein kleines Blut! Eines? Nichts. Das ist das wäre so. War ein kleines Grunst. Ja, wir sind doch großartig. Ich bin nichtpiece für ein Kind. Wie gesagt, da waren wir auf dem Gäste noch. Äh, was wo rum? Ja, ja, die Qualen sind berauschen. Ja, okay, zwei Weiße. Mach mal Salute schon ziemlich für den Arsch. Ah, da heute lebt was damals. Hervorragend! Diese eingelegte Ratschleber kann ich gut gebrauchen. Grüß Tod von mir! Ah. Das könnte praktisch sein, sobald wir den Befall unter Kontrolle haben. Ja. Ja.